Du kannst mit Parabeln einige Dinge anstellen. Rechnen z.B. Klar, ist ja auch Mathe. Aber natürlich kannst du sie auch zeichnen. Und dazu ist es hilfreich, wenn du genau weißt, wo die Parabel liegt. Bevor du willkürlich einige Punkte darauf ausrechnest, kannst du auch ganz gezielt spezielle Punkte ausrechnen. Z.B. die Nullstellen der Parabel, also die Stellen, an denen die Parabel die x-Achse schneidet. Und dafür brauchst du die pq-Formel. Für die pq-Formel benötigst du die Normalform bzw. die allgemeine Form der Parabelgleichung. y ist gleich ax² plus bx plus c. Du brauchst also ein x² und ein x in der Gleichung. Die Zahl ohne x kann auch mal fehlen, das macht nichts. Aber x² und x muss es immer geben. Bevor wir rechnen, musst du dir mal eben diese drei Parabeln ansehen. Mit der pq-Formel rechnen wir die Schnittpunkte der Parabel mit der x-Achse aus. Diese nennt man auch Nullstellen, weil y an diesen Stellen gleich Null ist. Aber nicht jede Parabel hat Nullstellen. Manchmal ist eine Parabel nach oben geöffnet und der Scheitelpunkt liegt über der x-Achse. Manchmal ist die Parabel nach unten geöffnet und der Scheitelpunkt liegt unter der x-Achse. In beiden Fällen gibt es gar keinen Schnittpunkt mit der x-Achse. Das macht aber nichts. Mit der pq-Formel kannst du das ausrechnen. Genauso kann es sein, dass der Scheitelpunkt selbst auf der x-Achse liegt. Dann gibt es nur einen Punkt, in welchem die Parabel die x-Achse schneidet. Das ist dann die Nullstelle und der Scheitelpunkt in einem. Im Matheunterricht ist es allerdings oft so, dass die Parabel die x-Achse an zwei Punkten schneidet, also auch zwei Nullstellen hat. Weil du das aber erst weißt, nachdem du die Parabel gezeichnet oder mit der Gleichung gerechnet hast, geht die pq-Formel immer erstmal davon aus, dass es zwei Nullstellen gibt. Darum lautet sie wie folgt. x1, x2 ist gleich minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe im Quadrat minus q. Nein, die kann man sich nicht ganz so leicht merken. Aber du brauchst sie in der Schule so oft, dass du sie schnell auswendig kannst. Zunächst aber musst du wissen, was p und q sein sollen. Schreiben wir die allgemeine Form einfach mal um, dann wird das gleich klar. y ist gleich ax² plus p x plus q. Die Zahl vor dem x ist das p und die Zahl ohne x ist das q. Und diese Zahlen musst du bloß noch einsetzen und dann alles ausrechnen. Naja, nicht ganz. Wir müssen zunächst eine Grundvoraussetzung schaffen. Du erinnerst dich, die pq-Formel berechnet die Nullstellen der Parabel. An dieser Stelle ist y gleich 0. Das müssen wir also auch einsetzen. Lautet die Parabelgleichung zum Beispiel y ist gleich 3x² plus 6x plus 9 schreiben wir darum zu Beginn der pq-Formel 0 ist gleich 3x² plus 6x plus 9. Du kannst das gleich 0 auch ans Ende der Gleichung schreiben, das ist egal. Eine weitere Voraussetzung dafür, dass du diese Formel anwenden kannst, ist die, dass es nur ein einziges positives x² gibt. Du musst dafür sorgen, dass die 3 vor dem x² verschwindet. Solltest du nicht wissen, wie das geht, schau dir bitte jetzt das Video zur Berechnung von Gleichungen an. Wir teilen die ganze Gleichung durch 3 und erhalten dann 0 ist gleich x² plus 2x plus 3. Damit können wir nun die pq-Formel anwenden. x1x2 ist gleich minus 2 halbe plus minus die Wurzel aus 2 halbe im Quadrat minus 3. Achte bei q auf das Vorzeichen. Ist q negativ, ändert sich die Aufgabe in plus q, denn minus mal minus macht plus. Dieses plus minus kannst du für den Anfang noch ignorieren, das brauchst du erst am Ende. Zunächst vereinfachen wir mal. Minus 2 halbe macht minus 1. 2 halbe im Quadrat macht 1. Unter der Wurzel können wir also weiter vereinfachen. 1 minus 3 ist gleich minus 2. x1x2 ist gleich minus 1 plus minus die Wurzel aus minus 2. Diese Aufgabe hat keine Lösung. Aus einer negativen Zahl kann man keine Quadratwurzel ziehen, denn es gibt keine Zahl, die man mit sich selbst multiplizieren kann und die dann eine negative Zahl ergibt. Die Aufgabe hat also keine Lösung. Und sobald es bei der pq-Formel keine Lösung gibt, bedeutet das, dass es auch keinen Schnittpunkt mit der x-Achse gibt. Wir machen noch eine Aufgabe. y ist gleich 3x² plus 6x plus 3. Das sind fast dieselben Zahlen und das ist Absicht. So siehst du, wie sehr sie sich auf die Parabel auswirken können. Wieder setzen wir die Gleichung gleich 0. 0 ist gleich 3x² plus 6x plus 3. Jetzt teilen wir die Gleichung durch 3, damit das x² alleine steht. 0 ist gleich x² plus 2x plus 1. Und ab damit in die pq-Formel. x1x2 ist gleich minus 2 halbe plus minus die Wurzel aus 2 halbe im Quadrat minus 1. Immer erst vereinfachen, bevor du die Gleichung löst. Das erspart dir doofe Fehler. x1x2 ist gleich minus 1 plus minus die Wurzel aus 1 minus 1. x1x2 ist gleich minus 1 plus minus die Wurzel aus 0. Da die Wurzel aus 0 gleich 0 ist, bleibt als Lösung nur die minus 1 plus 1. Diese Parabelgleichung hat demnach nur eine Nullstelle und das muss gleichzeitig auch der Scheitelpunkt der Parabel sein. Und eine letzte Aufgabe noch. Du ahnst es sicher, dieses Mal hat die Parabel zwei Nullstellen. y ist gleich minus 3x² plus 6x plus 9. Wir gehen gleich vor wie eben. Erst setzen wir die Gleichung gleich 0. Dann teilen wir sie durch minus 3, damit das x² alleine steht und positiv ist. 0 ist gleich x² minus 2x minus 3. Und nun setzen wir p und q in die pq-Formel ein. x1x2 ist gleich minus minus 2 halbe plus minus die Wurzel aus minus 2 halbe im Quadrat plus 3. Zunächst vereinfachen wir wieder. x1x2 ist gleich 1 plus minus die Wurzel aus 1 plus 3. x1x2 ist gleich 1 plus minus die Wurzel aus 4. x1x2 ist gleich 1 plus minus 2. Zum ersten Mal können wir nun mit dem plus minus rechnen. Dieses Rechenzeichen bedeutet, dass wir sowohl plus als auch minus rechnen sollen. Nacheinander, wohlgemerkt. Darum kommt das auch erst ganz am Schluss zum Einsatz. Wir rechnen also erst x1 aus. 1 plus 2 ist gleich 3. Das ist die erste Lösung der Aufgabe. Das plus minus sagt uns aber auch, dass wir noch minus rechnen müssen. Das wäre dann x2. 1 minus 2 ist gleich minus 1. Die Aufgabe hat zwei Lösungen und die Parabel damit zwei Schnittpunkte mit der x-Achse. Ob du erst plus und dann minus rechnest oder umgekehrt, ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass du die Ergebnisse mit x1 und x2 bezeichnest, denn es sind schließlich zwei unterschiedliche Ergebnisse. Und das ist alles. Die pq-Formel ist für Schüler meistens zu Beginn verwirrend, weil ein neues Rechenzeichen auftaucht und man manchmal keine, manchmal eine und manchmal zwei Lösungen aus einer Gleichung erhält. Aber da die Parabel eben unterschiedlich aussehen kann, ist das nur logisch. In der Schule musst du damit so oft rechnen, dass sich die pq-Formel schnell fast wie von selbst löst. Mache bloß nicht den Fehler und rechne zu viele Zwischenschritte auf einmal. Das geht nämlich viel zu oft schief. Das geht nämlich viel zu viel. Das geht nämlich viel zu viel. Das geht nämlich viel zu viel.